Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mediables bei Conquer the World. Wir haben das letzte mal probiert den Ding zu übernehmen, aus diesem aufzulösen und wir probieren es nochmal. Die Chance ist niedrig, aber wir haben es geschafft. Das heißt, Missionserfolgreich, es war der Richtige. Der war irgendwie weg und dann kam er wieder, das war gut. Und wir haben einen finanziellen Erroberer jetzt bei ihm. Das war von der Kaufmannsgelde, jetzt muss ich denken wo die Kaufmannsgelde ist. Das ist die Alchemistengelde. Ob die irgendwas... Das ist die Diebesgelde. Alchemistengelde. Hier ist gar nichts. Hm. Wo könnte noch eines sein? Hier. Ein Bordell. Ja, irgendwie. Finde ich die gerade nicht. Ja, haben wir noch nicht geschaut. Ähm. Da ist ein Ledergräber. Ja, komm. Ah, vielleicht ein Bran. Ja, hier. Ob die dann bald upgradet wird. Aber es steht leider nichts. Wir haben zu wenige Informationen, oder? Das ist blöd. Das ist blöd. Und die haben sich wahrscheinlich wieder ein bisschen zurückgezogen. Also... Ich denke die greifen nicht mehr mich an, weil sie am Krieg sind mit Preisen. Das ist gut. Ähm. Ähm. Was wollte ich? Ich wollte ja das hier hier runter tun. Und dann ähm angreifen. Genau. Ja. Okay. Ähm. Ich denke wir haben alles gemacht. Ich werde noch was speichern hier. Weil er jetzt erfolgreich war. Und das Restliche 6 müssen wir ja nicht unbedingt bewegen. Die machen das automatisch. Und haben auch gewonnen scheinbar. Und die greifen Tripolis an. Ab wie so von hier. Von links unten wahrscheinlich. Die können noch lange angreifen. Die werden es nicht schaffen. So. Belgrad. Ähm. Wo ist unser zweites Schiff? Ja mein Herr. Ah hier. Eure Befehle. Also Spion. Zeig mal. Was du kannst. Ja. Ähä. Gute Sichtweite hängen. Dann machen wir das hier. 95%. Und. Schwächen sie. Indem wir den Markt. Kaputt machen. Gut. Ähm. Dann machen wir das noch bei ihm. So. Der hat ein Merkmal bekommen. Und der hier geht jetzt zurück. Hier hin. Und jetzt bitte keine den Kaufmänner entsenden bitte. Mutiger Tauschhändler. Hehehe. Also hier müssen wir schauen was wir machen können. So. Und die wollen auch angreifen. Aber hier ist leider nichts. Eure Befehle. Illa Herr. Illa Herr. Ähm. Alexander. Und ich denke auch nicht so. Okay. Die haben. Granatarmbrust Kavallerie. Aber nicht solche. Die mich besiegen können. Ähm. Das haben wir angeschaut. Hier ist nichts. In Konstantinople müssen wir nichts bauen. Aber auch nichts ausbilden. Und hier. In Bren. Ähm. Könnte man das nächste Mal. Machen wir einen Händler. Kai. So. Es ist mir eine Ehe bei euch zu gehen. Ja. Dann greifen wir natürlich. Ehe mit an. Ja Herr. Ja Herr. Und du kommst raus. Ja Herr. Bilder eine große Kampftruppe. Er teilt mir einen Befehl. Eure Majestät. Ja. Befehle. Abrüten. Hm. Zu viele. Eure Majestät. Befehle. Dann natürlich Ehe. Er teilt mir einen Befehl. Und das weiß ich ja auch nicht. Auf den Weg mein Herr. Schlage das Lager auf Herr. Okay. Hier haben wir sehr viel ausgebildet. Das wichtigste. Zum Beispiel dieser Kaufmann. Möchte ich rausnehmen. Möchte ich rausnehmen. So. Und diese Giraffe. Äh. Giraffe. Kamel. Dieses Kamel bitte auch noch. Also du bleibst hier. Und der andere Spion ist wo? Hier. Hm. Nein. Hier runter. So. Hier runter. Hier runter. Hier runter. Oder du kannst mal hier hin. Und dann wieder zurück. Also hier ist nichts. Ist mal hier hin. So. Dann machen wir bald noch den Gegnerangriff. Du gehst hier rein. Und. Oder wollen wir die da runter tun? Wir können dann wirklich den Rest von den oberen Truppen runter tun. So. Wir gehen bis zu früh vor Anker. Ich denke das gehen wir. Also die werden nicht allzu oft angreifen. Ähm. Ich möchte die nicht ausbilden. Das ist meistens nur ein paar Rüstungspunkte mehr. Hier könnte ich noch den Bogner machen. Aber das mache ich nicht. Ich spare jetzt noch. Ähm. Vielleicht hier. Ein Bordell. Nö. Kein Bordell. Kein Bordell. Ähm. Ja toll. Geh mir etwas zum bauen. Das ist hier ein Bordell. Und hier ist die Mauer. Hm. Ich weiß es nicht. Also lasse ich das. Ähm. Schauen. Ja. Die angreifen. Ich respektiere nur Stärken. Ich stehe ich gegenüber. Wir haben genug Reize eigentlich. Aber die haben so viele Reiter, das ist blöd. Die haben kroatische Axtkämpfer. Ich glaube, ich greife sofort Baygrad an, wenn sie mich nicht angreifen. Weil ich... Ja, das bringt nichts. Die greifen uns 100%. Ach, schade. Müssen wir halt so kämpfen. Die Mamalucken haben hier verloren. Okay. Du bleibst hier. Gehst am besten hier hin. So, und... Und die Truppen bleiben noch hier drin. Ein litauischer Diplomat. Kann man hier nicht rund stehen. Oh Gott. So, so. Also da bleibt noch hier. Das sind die Dinge immer noch. Die Schotten. Die machen die Schotten bald dicht. So, Kaufmänner. Muss ich ja nicht mehr bewegen hier. Da ist ein Diplomat. Und der soll halt hier bleiben fertig. Da muss ich kurz schauen. Ja, Venedig. Die machen aber sehr wenig. Wahrscheinlich sind sogar unterlegen. Hm. Also, ich denke, ich kann eine weitere Runde machen. Den kann ich hier noch bewegen. So. Ähm. Ja, machen wir es. Noch kurz speichern. Okay. Ein Kaufmann habe ich nicht beweckt. LOL. Die greifen mit Unterzahl Damaskus an. Die werden überall noch wieder angreifen probieren. Haben aber keine Chance. Mein Herr, der Feind belagert uns. Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Also, wir sind ein bisschen sogar in Unterzahl, aber da das gegnerische Kommando auch nicht wirkt. denke ich mal wir werden die Schlacht gewinnen. Noch elf und ein bisschen Pause. Manchmal. Positionierung starten. Also, das ist jetzt ein bisschen etwas ein besseres eine bessere Schlacht. Ich würde mich gerne hier aufstellen. Dazu nehme ich mal die guten Truppen hier nach vorne. dann die dahinter und auf den Seiten schützen. So, ähm, die dahinter Bogen schützen natürlich. Die können hierhin und die Dinge hierhin. so, die bauen. So, die bauen. Und jetzt die Reiter. Ich mache mal zwei hier. Und dann hier. So, jetzt habe ich alles. Und da ist noch etwas. Ah, Bogen schützen. Gut. Schlacht starten. Mal schauen, was sie machen. Also, sie greifen an. Denke ich mal. Sie hauen ab. Sie kriechen zurück. Ja, was macht ihr denn? Jetzt greifen sie an, oder? Ja. Also, schauen wir mal die Truppen an vom Gainer. Das sind normale Reiter. Gut. Die Bogen, äh, Aha, das sind die davor. Okay, wir konzentrieren uns erst mal auf die hier. Und, ähm, tun dann, äh, von den Seiten eigentlich angreifen. Geht hier mal ein bisschen weiter nach innen. Wieso sind die so weit außen jetzt plötzlich? Das ist nämlich nicht gut. Ich muss die länger ziehen hier. so. Es ist jetzt. Sieht immer noch nichts. So, greife ich halt an. ja. ıh, und Die muss ich ein bisschen beschützen. Oh, die für. Leiden viele Truppen hier. Die leider auch hier, aber sind eigentlich gut dran. Könnte ich eigentlich mal angreifen mit dem General. Das muss ich einfach schaffen. Ja, toll. Verlieren wir noch die Schlacht und so weiter. Wieso sind die übrigens so viel? Ah, das sind die. Oh Gott, die tun uns auskonten. Das ist natürlich nicht gut. Ja, toll und wir haben die meisten Truppen auch verloren, also bitte. Ach, greif doch an, bitte. Der Herr schiebt uns. Wir haben die Hälfte unserer Männer verloren. Wir brauchen überall ein paar Truppen. Und die sollen hier nicht nur rumstehen. Bewegt eure Ärsche. Greif mal so an. Los, hopp, greift an. Ja, nicht nur rumstehen da. Aber so haben wir sie zumindest mal. Ich muss hier die abziehen. Und sie jagen. Ach, komm schon, hey. So blöde Truppen. So, greift sie an, aber so. Gut. Dann haben wir hier neue Truppen, die gehen bitte hier hin. Da ist auch noch ein Trupp. Ja, dann stirbt doch. So ein Idiot, echt. Ah, wegen den Dingbogenschützen hier, oder was das sind? Speerkämpfer. Also die waren es nicht. Hallo, wie wär's mit angreifen hier? Der Feind flieht von der Schlacht. Rennt diese wertlosen Bauern nieder. Das war eine Schlacht. Sehr knapp für uns. Greift sie an. Nur Reiter, reift sie an. So, und hier. So, und hier. Die gesamte Christenheit wird den Sieg, den wir heute errungen haben, bewundern. Ha, minus zwei. Okay. Hoffentlich ist der nicht wichtig gewesen. Und schon ein bisschen älter oder so. Der Tag gehört uns, Herr. Der Feind ist besiegt. Ja. Ja. Und jetzt, ähm, ein ehrenvoller Tod, ähm. Ah, das ist so, ein, 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 ein Sohn, ein adoptierter Sohn wahrscheinlich. Nicht ganz so wichtig. Okay, hat zwei Kinder, das schon mal gut. Also gehen wir wieder zurück. Ähm, die Bauern. Die kamen gar nicht weiter. Ich brauche aber jetzt dann noch mehr, ähm, Truppen von hier. Die können mal nach oben. Ja. Kleine orthodoxe Kirche, die kannst du mal vor an Gemeinschaft hier machen. So, und wir müssen jetzt unbedingt Belgrad belagern hier. Und hier unten die Truppen bringen. So, wir haben eine neue Mann. Wir haben zwei neue Männer bekommen. Ähm, der da. Wer scheinbar noch? Einer von hier. Könnte der sein. Hier, Flaraus von Kawaii. Okay. Der hat ein, zwei, drei, vier Kinder jetzt. So. Ähm. Bei denen, die halten das aus. Die muss ich noch angreifen. Mach ich Nachtversuch. So. Dann werde ich so schon früh schwächen mit den Katapulten. So, mal schauen. Was haben die hier? Rammböcke. Ich muss schauen, wo die sind. Die sind alle hier in der Mitte. Geht ihr mal hier nach vorne. Und Die bleiben hier. Die Bogenschützen kommen hier hin. Die gehen dafür da außen. So. Du gehst in die Mitte. Also scheinbar haben die nichts. Die wollen einfach nicht die besetzen. Dann mache ich das mal so. Ich bewege die Ärsche hier raus. Vielleicht greifen sie dann an. Ich rufe die Ärsche, die Zelte. Mir ist nur wieder da. Ich rufe. Ja, wenn ich die crispy in der Mitte. Greift sie an. Genau. So ist schon mal gut. Und jetzt greift sie die hinten hier an. Oh, sehr schön. Eine habe ich getroffen. Oh, Blatt und D. Moistisch. Kommen die gerade nicht raus oder was? Ist das Tor zu klein? Ja, dann lass die mal. Dann gehen die in die Mitte fertig. Haben wir heute ein paar mehr Verluste. Wenn wir aufrichtig bleiben, ist der Sieg unter. Machen wir die mal in eine Gruppe. So, hier wird gekämpft. Dann macht ihr mal bitte mit. Und wo sind die anderen? Die sind dazwischen hier. Wieso greifen die nicht anständig an? Ich habe doch gesagt, angreifen. Dann greift sie doch mal an, bitte. Irgendwie ist das so, als würden die hier nicht irgendwo hinten dran sein oder so. Dann greift ihr Katapulte mal die fetten dort an. Ist doch nicht normal, dass die so schlecht treffen. Jetzt schon besser. Jetzt können sie endlich mal richtig schiessen. Lachen Holland Blöten Ein Flammenmeer. So, sehr schön. Ähm, die greifen an. Ja, da geht die rein, Katapulte. Und greift ja nicht an. Okay, die kämpfen gegen Katapulte. Viele Truppen durch den Ansturm wahrscheinlich. Und die sind gerade zersplittert. Wieso sind die zersplittert? Und wieso... Greift sie doch an, verdammt noch mal. Ist dir klar, dass die verlieren hier? Ei, ei, ei. Und ihr... Ah, verdammt noch mal. Greift die an. Das hab ich echt gesagt. Ah, das ist Katapulte. Oh Gott. Das ist nicht gut, wenn die hier... frei angreifen können. Oh Gott. Das ist nicht gut, wenn die hier... Stundenkilに closed. Oh Gott. Das sind eure Hoffnung. So. Mist, die verlieren hier noch. Shit, ist das ein Nervenkitzel. Geht natürlich nichts gut. Nicht mich angreifen. Nicht mich angreifen. Anständiger angreifen bitte. Es ist unklug den Tag vor dem Abend zu loben, aber unsere Männer gewinnen die Schlacht und schmieden einen würdigen Sieg. Ja, das bringt hier aber auch nichts. Ah gut, mehr getroffen. Greift doch anständig an, was ist denn los? Die KI macht mir wieder alles zunichte. Oh Mann. Das sind meine Truppen. Meine Truppen werden zersägt. Jetzt hört auf zu schießen. Geht. Greift sie dort an. Ja, und ich auch. Ich kann da nicht mehr erobern, wenn es so weitergeht. Alles, was Boltenschützen ist, ist jetzt hier drauf. Los, drauf. Auf. 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 Auf die Reite, bitte. So, und jetzt geh ich mit dem General nach draußen. Das treffen sie so wenig, die Boltenschützen sind so extrem ineffizient geworden. Es macht einfach keinen Spass mehr. Amen. Ja, wir fliehen noch die Schlacht, wenn es so weiter geht. Die machen überhaupt nichts hier. Stehen nur herum. Jetzt wurde wenigstens getroffen. Aber die nach oben, die so einen richtig großen Bogen haben, die tun wirklich nicht viel. Kommst du endlich? Ich muss mit dir angreifen. Hallo? Ja, im Schneckentempo ist nicht laufen. Alle die hier greifen jetzt den hier an und der hier greift hier an. Es ist unklug, den Tag vor dem Abend zu loben. Aber unsere Männer gewinnen die Schlacht und schmieden einen würdigen Sieg. Ja, wir haben keine Truppen mehr. So macht es nicht mehr Spaß. Alle Bogen schützen jetzt, die da hinten angreifen. Los. Heftige. Was ist das jetzt? Was ist das? Reitere. Bitte. Greift sie an, habe ich gesagt. Angreifen. Wisst ihr, was angreifen ist? Nicht Steckentempo. Amen. So, das ist die, wo ich angreifen werde. So, das ist die angreifen. Ja, geht doch gut. Jetzt muss nur nicht der König angreifen. Wo ist der Alexander? Sicher wird er zu vorderst und wird dann noch am Ende der Schlacht getötet oder so. Greift sie doch an, die Reiter müsst ihr angreifen. Ah, diese Katapfragte sind einfach zu stark. Ja, jetzt ist er tot. Und dann... Ja. Ah, jetzt ist der gegnische König, ah gut. Jetzt dachte ich schon, er ist tot. Ich habe doch gesagt, angreifen. Wie weit müsst ihr denn noch weggehen, um zu schießen? Einen Bogen kann man auch vom Nahkampf verwenden. Sehr schön. Jetzt sieht man wenigstens da sind ein paar Truppen, die hier hinten sterben. Habt ihr es bald? Und die dann nicht mehr angreifen, bitte. Dann können die Reiter hier über ein bisschen schneller, bitte. Noch die jagen. Aber alle, bitte. Die gesamte Christenheit wird den Sieg, den wir heute errungen haben. Luna! So viele verloren. Hey, ich habe wirklich momentan keine Kraft mehr. So viele Verluste hinzustecken. Also wirklich. Wie soll ich jetzt hier Afrika erobern, wenn alle Truppen, äh, alle, ähm, alle Völker so viele Truppen haben, damit sie mich zusetzen können und so weiter. Es ist wirklich schlimm, also. Ich weiß nicht, vielleicht brauche ich einfach mal eine Pause oder so. Ähm. Was soll ich machen? Etwas anderes, ein anderer Mod machen oder so. Weil dieser Mod ist wirklich. Ja, ist ja gut. Er ist ja gut, aber er ist sehr unfair. Die Truppen, die gegnerischen Truppen dürfen alles einsetzen. Die dürfen mit 2000 Gegner, also Einheiten angreifen. Und wir müssen sie hart bezahlen und dann schon wieder viel zu wenig Geld und so weiter. Also, es macht mich einfach langsam fertig, also ganz langsam, aber stetig macht es mich einfach fertig, so ein Spiel zu spielen. Hier habe ich Riesenverluste, dort unten habe ich Riesenverluste, hier werde ich Riesenverluste haben, weil die Osmanen natürlich wieder Geld geschenkt bekommen haben. Dann greifen die wieder an, dann greifen die wieder an, dann greift auch mal Fenedik an. Nein, es machen wir wirklich fertig und deshalb war das vorübergehend die letzte Folge. Ich schaue, dass ich noch etwas anderes spiele in dieser Richtung. Aber, ähm, ja. Für diesen Mod vor allem ist es Schluss. Ob von Medieval 2 noch etwas kommt, wahrscheinlich, vielleicht. Sonst, ja, bin ich hier fertig. Also, ähm, tut mir leid, ich wollte ja nicht mehr erobern, aber schaut euch das deutsche Reich an und Spanien, das schaffe ich niemals. Vor allem, weil auch immer alle gegen mich sind. Und, ähm, ja, dann schließe ich das Projekt als, nicht mal mehr, als 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ab. Weil, schaut, wie viel die ausbeten können und so weiter. Da ist zum Beispiel... Einer ist ganz nach oben gekommen, Frankreich ist das. Oh Gott. Also, Alexander, tut mir leid, du warst sehr gut, du hast viele Schlachten erlebt, aber momentan... Ich weiss nicht, ob ich mal ein Loch weitermache, aber wahrscheinlich nicht wegen Kampagnenstand und so. Also, wir haben sehr viel erobert und, ja, sorry, aber vorübergehend ist hier fertig. Machen nicht nur den Spielstand, so. Ähm, ja, wenn ich es umbauen könnte, wenn ich das dürfte zuerst mal, wenn ich es könnte, dann, äh, würde ich das Spiel natürlich sehr viel anständiger machen. Auf, auf, fairere Weise und so und auf, ja, die Herausforderung anders suchen. Weil, die Motter, die denken, ja, es ist alles ein bisschen zu umfangreich, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Tue ich einfach mal den Gegnern so viel cheaten lassen, dass sie mich ja überrumpeln und so. Das finde ich sackschwach eigentlich von dem Entwickler, der das gemacht hat. Aber, die Idee, die ganze Weltkarte zu machen, ist sehr, sehr gut, macht richtig Spass. Ähm, die Neuigkeiten machen auch Spass, so, dass man auch keine Burgen mehr hat, macht auch recht viel Spass. Ähm, dass man auch die Städte, also, dass ich, ja, dass es nur noch Städte sind und sie weniger gut verteidigbar sind. Ähm, die KI ist ein Totalausfall, das liegt einfach an der Tunnel Wars Serie. Wenn ihr auf Rom 2 schaut, das neueste Spiel von Creative Assembly, dort ist die KI ja auch grottenschlecht. Ich kann es nicht verstehen, in einem solchen Spiel ist die KI doch mordswichtig, aber die bringen einfach die KI nicht her, weil sie einfach nicht investieren, nur aufs Geld schauen und so weiter. Also, ähm, ja, ich denke mal, es wird noch einige Zeit dauern, bis ein richtiger Knall rauskommt, der alles richtig macht, soweit, und nicht frustriert. Aber mal schauen, und eben die Modder, wenn sie nicht so faul wären und immer alles sofort würden aufgeben, hätte man wirklich schon richtig geile Mods mit Medieval 2 und den, ähm, Vor- und Nachwärts, also Spielen davon, ähm, hätte man schon richtig geil viel Spass. Aber 90, 99% sind eigentlich grottenschlecht, die Mods, die ich jetzt probiert habe. Und ein anderer wäre Orient und Occident, aber der ist auch sehr unfair. Also eigentlich alle Mods sind recht unfair und, ja, meine Katsu schreit immer noch extrem. Ja, also, ähm, mal schauen, gebt mir Ratschläge, was ich machen soll, was ich spielen soll und, ja, dann sehen wir uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Dankeschön, tschüss.